Hallo Leute und willkommen zu Türchen Nummer 10 des Adventskalenders und heute wieder etwas kleines vom Auspacken, diesmal allerdings kein Boosterpack in dem Sinne nämlich wir werden heute zum Miura, naja nur so halb das hier ist nicht Idol Master sondern Love Life School Idol Project wird der Typ aber sicherlich auch schauen und spielen so was ist das hier, hier drin ist eine Karte und ein Keks oder beziehungsweise eine Waffel gibt es in Japan von zig verschiedenen Serien von Kamerider, von Fagrant Order, von Gundam habe ich gesehen und ich habe hier eine von Love Life mitgenommen wir werden also den Keks probieren und uns die Karten anschauen die Karten kann man dann meist an so Videos spielen, also an solchen Arcade Automaten verwenden gibt es extra Spiele für und dann lasst uns mal zum Miura werden so fällen wir das Scheißteil auf geht doch auf was haben wir als erstes haben wir hier natürlich die Waffel ja eine ganz normale Waffel schmeckt jetzt normal ich habe in Japan schon von Kamerider eine gegessen ein paar beziehungsweise und da haben wir natürlich auch die Karte bevor wir uns die allerdings genauer anschauen nehmen wir ein Biss von der leckeren Waffel ich meine die von Kamerider haben irgendwie besser geschmeckt ich meine die von Kamerider haben irgendwie besser geschmeckt da habe ich eigentlich gedacht sollen das nicht eigentlich gleichen Waffeln sein ja gut ähm die Waffel hat jetzt nicht sonderlich viel Geschmack und auch diese Nuss-Nougat-Raselnuss-Creme oder was das sein soll hm hat jetzt auch nicht so belligen Geschmack kommen wir jetzt aber zum Highlight warum man sich die Teile überhaupt kauft nämlich die Sammelkarte hier drin ok die ist oh das ist eine richtig schöne so eine Art Plastik oh die auch noch so ein bisschen glitzert und zwar haben wir hier Marie O'Hara sagen wir hinten auch noch Daten von ihr man sieht aber die glitzert auch so ein bisschen sehr sehr schön auf jeden Fall eine schöne Karte und ja ich werde jetzt weiter die Waffel in mich rein stopfen und dann erstmal Love, Life und Idle Master spielen und ja wenn dann kein Video mehr kommt dann wisst ihr vermutlich warum nein keine Sorge das wird nicht passieren auch morgen bekommt ihr dann Türchen Nummer 11 also bis dahin